kaffee to go mit triple soy latte karamell flavor und coconut topping oder die gute alte krönung und ein frankfurter kranz freunde das ist hier die frage willkommen in der noppenklötzchen scheune mein name ist blockstar und freunde ja bei mir sind irgendwie die kaffee wochen ausgebrochen letztes mal habe ich euch hier das kaffeehaus von mod king vorgestellt die 16 036 ein großer kaffee tempel freste wurde ich gerade sagen wenn ihr auf cookies und carrot cake steht und mein viertes video hier glaube ich könnte auch das dritte fünfte gewesen sein ist dieser kleine kaffee röster laden gewesen damals noch von handshake handshake ihr wisst was ich meine heute glaube ich von mod bricks fehlt aber noch das komplette gegenteil ein schönes gediegenes café wo man mit der oma und der mama hingehen kann und da stelle ich euch heute vor ich muss hier meine tasse zur seite stellen denn es ist groß meine liebe freundin hat es nicht gewünscht ihr habt es vielleicht bei meinem hall gesehen ich baue heute für euch die 16 004 von mod king aus der novata serie mit einem schönen männlichen lila einen großen baum und 3700 und parzer quetschte steinchen 3400 ich komme schon ganz durcheinander das andere zu 2700 jetzt haben wir 3400 steinchen und ich kann euch verraten das nächste café hat 3100 steinchen also freunde vor lauter go bricks weiß ich nicht mehr was in koffe irt latte oder cappuccino ist in diesem sinne freunde lasst uns schauen was hier drin steckt ja freunde da ist der ganze inhalt hier auf dem karton und wir sehen schon warum der fast geplatzt ist wir haben zehn tüten mit vielen untertüten eine elektro tüte eine 16 x 16 er plate 28 x 16 er plates in weiß und eine 32 x 32 der grundplatte im grün ich brauche mir diesmal also keine von lego nehmen denn diese hier ist schon grün ihr kennt mich ich baue am liebsten so oft grün ich packe es mal an die seite wir haben diese anleitung schön gebunden ein richtiges buch wir haben ganz wenig aufkleber ganz krass im vergleich zum letzten mal das war ja fast sie fast eine seite ich lege den auf die bohren mal zur seite wir sehen hier steht schon von 1 bis 10 die bau schrittstüten wir sehen hier wie man baut ich meine chinesische anleitung also kennt ihr ja vielleicht wenn ihr die letzten videos gesehen habt oben sehen wir die teile rot umrandet was wir bauen und hier oben steht es schon und ihr findet es unten in der video beschreibung please follow the lighting instructions wie seht ihr unter dem video als pdf verlinkt ja dann schauen wir mal wie viel wir bauen müssen insgesamt wir haben klebt alles 443 bauschritte auf 197 seiten ich bin mir echt gespannt auf die form durch den vielen bewuchs konnte ich noch nicht genau erkennen wie das gebäude sich vielleicht später in einer stadt so einschmiegt bin ich wirklich wirklich mal gespannt vor allem ja hier der große baum den wir hier sehen der macht ein bisschen undurchsichtig bin ich echt gespannt so anleitung jetzt zur seite wenn man wie chat hat kann man wohl auch hier diesen qr code von wie chat abscannen und kommt auch an die anleitung für die elektrik aber wir haben schon ein paar häuser gebaut und wir haben die anleitung unten also deswegen wissen wir das ein bisschen wie es geht haben bisschen erfahrung und hier die zehn tüten mit den super guten go briggs steinen ihr wisst ich bin großer fan dieser modellers von mold king ja freunde viel geredet viel zu bauen packen wir es an viel spaß beim speed bild und der faktenzeit speed bild zeit ist faktenzeit und da wir mal wieder über einen mold king modula sprechen das mal wieder ein café darstellt sprechen wir heute auch über cafés und über den café die kleine schwarze bohne die eigentlich eine das heben wir uns für ein nächstes video auf heute sprechen wir über die cafés und den café der begriff café leitet sich vom arabischen cover oder cover ab was so viel bedeutet wie lebenskraft oder stärke als namensgeber kannten die araber bereits in der frühzeit café häuser später nach dem siegeszug des cafés in der welt eröffneten auch in europa die ersten café häuser das erste kaffeehaus auf europäischem boden entstand 1544 in konstantinopel dem heutigen istanbul 1647 folgte das café florian in venedig daraufhin eröffneten café häuser in oxford london marseille bremen hamburg wien und paris weitere städte folgten das erste deutsche kaffeehaus war das kaffeehaus schütting 1673 in bremen bis heute ist bremen quasi die inoffizielle kaffee hauptstadt deutschlands der hamburger hafen ist zwar der größte importhafen für kaffee in europa aber in bremen und bremerhaven wird die größte menge an kaffee in deutschland umgeschlagen generell befinden sich in bremen und im umland die vier größten kaffee röstereien deutschlands aber wenn wir an cafés denken dann denken wir natürlich an wien und an das wiener kaffeehaus und das wiener kaffeehaus als gastronomische einrichtung ist eine typische wiener institution und natürlich tradition wiener kaffeehaus kultur gehört seit 2011 zum immateriellen kulturerbe der unesco das wiener kaffeehaus sei ein ort in dem zeit und raum konsumiert werden aber nur der kaffee auf der rechnung steht hieß es in der begründung und diese alte regel nach der man stundenlang bei einer einzigen tasse kaffee ohne konsumzwang sitzen bleiben kann gilt glücklicherweise auch noch heute in unserer ach so turbulenten zeit eine schöne einrichtung grüße gehen nach vienna entschleunigung ist also das thema wenn es um das belebende getränk kaffee geht ein schöner gegensatz finde ich der viel zu sagen lässt über die österreichische kultur aber kaffeehaus kultur haben wir gehört 1673 in bremen ist das erste deutsche eröffnet worden wann meint ihr es in das erste in österreich eröffnet worden nicht als die türken vor wien lagen etwas später vielmehr am 17 die österreicher sagt jänner eröffnete der armenier johannes deodat die dato genannt 1685 das erste wiener kaffeehaus beziehungsweise erhielte das privileg zum öffentlichen ausschrank dieses befand sich am haarmarkt 1 im ersten bezirk wieens an der roten turmstraße 14 ein anderer betreiber eines sehr früh entstandenen kaffeehauses des café repon war isaac de luca die rasche einbürgerung des cafés in wien war überwiegend armenischen handelsleuten zu verdanken allmählich bildete sich in wien analog zu paris und london eine café kultur heraus in deutschland war das nicht ganz so einfach denn es gab einen großen preußischen könig der es so gar nicht gerne sah wenn menschen kaffee trunken aber das freunde erfahrt ihr auch im nächsten video zu einem kommenden mold king modula das auch mal wieder das wort kaffee in den namen hat aber wir konzentrieren uns jetzt auf das nun folgende review dieses schönen kaffee hauses ja freunde nach sieben stunden bauzeit ist das café café fertig von mod ging die 1604 3430 plus steinchen plus weil wir wieder eine ganze menge steinchen über haben also ein kleines beutel voll hauptsächlich pflanzenteile kann man ja nie genug haben sieben stunden finde ich mit kabel verlegen und den vielen verschiedenen bautechniken drin eigentlich ganz okay es geht wahrscheinlich auch schneller wir haben sieben stunden gebraucht wie gesagt wir haben es jetzt mit beleuchtung gebaut findet ihr und in der video beschreibung die beleuchtungsanleitung das pdf ist ganz wichtig auch wenn man vielleicht sie gar nicht braucht wenn man schon ein paar dieser häuser wie hier gebaut hat zum gebäude an sich es soll historismus beziehungsweise jugendstil sein ich hätte gesagt er viktorianisch ich habe meine schwester gefragt grüße gehen raus die ist kunsthistorikerin und kennt sich ein bisschen aus mit architektur das gehört wohl mit zu dem studium schaut euch mal das gebäude an vielleicht fällt euch schon was auf auf dem ersten blick dass es nämlich gar nicht so einfach in eine city zu packen ist mit den typlichen modula maßen weil ja überall haben wir fenster überall haben wir irgendwelche sachen die uns stören hier haben wir zum einen noppen breite nach vorne der bürger steigt der sieht einigermaßen in ordnung aus für modulas dann haben wir hier den baum darüber ragt und auch hier der anbau darüber ragt und wenn wir nochmal von der seite gucken hier von hinten haben wir den balkon darüber ragt dass wir kein anderes modula dagegen packen können also wieder ein kaffee modular ähnlich wie dem letzten was ich euch gezeigt habe vom hot king dieses mk coffee wo man nicht genau weiß wie soll man es in der stadt platzieren aber das heißt trotzdem nicht ist ein schlechtes modula ist gerade hier haben wir so viele tolle kleinigkeiten und damit sind noch nicht nur die farben gemeint ich finde es richtig cool ich habe mich ja extra mal hier zum gegenüber stellen ein anderes gebäude aus der novataun serie gepackt wozu noch ein video folgt den antiquitäten laden da sieht also ein bisschen ja und roten grün und noch mal ein cent green und orange und hier haben wir hier dieses dark orange dieses jahr hellblau des fliederfarbene viel weiß braun und viele farben weil wir hier gebaute bücher haben und 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 also ein richtig tolles farbenfrohes modula mit vielen bautechniken und es leuchtet auch pass auf dann fangen wir an bekommt ihr aber nachher noch mal ein paar bilderchen wir haben hier die batterie box in den untergang gestellt also ha nicht der untergang sondern ihr wisst was ich meine ich hier so die kabelage ist wirklich in der anleitung auch so alles nach außen das hier ist der kabel habt und dann leuchtet das gebäude überall ihr seht es hier unten im und zwischengang schon schimmern und dann hier von außen mit dieser typischen warmen beleuchtung richtig cool hier überall bis oben und hier unten auch im laden ich lasse es mal einfach so beleuchtet ziehe das gebäude mal heran und wir gehen von oben mal durch hier oben diesen vorbau wo ich gesagt hatte dass sie ein bisschen viktorialisch aus wie man es auch so horrorfilm kennt ob es nun asylum ist also von batman dieses böse gefängnis oder 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 diese haus geschichten aber meine schwester sagt was anderes wir haben hier dieses dach und das hat schon was richtig cooles zu bieten diesen kronleuchter es kommt durch das licht die alle auch ganz gut tolle bautechnik an diesen rettungsring sage ich mal mit diesen claims richtig cooles gebimsel richtig schön auch hier ein bisschen will er kunterbundene pipi langstrumpf irgendwie finde ich richtig cool so packen wir an die seite ihr seht schon hier schöne begrünung und tolles licht ich brauche mir beide hände um es abzumachen hier da bisserl geht nämlich hier das kabel wieder lang da muss ich aufpassen so schaut mal herein richtig cooles oberstübchen mit sessel hier mit vorhängen zum wintergarten die wir auf und zu machen können sogar hier sind die türen nämlich da geht es auf und zu schiebe türen die einigermaßen zerkratzt sind typisch ich glaube bei transglieders kriegt keiner mehr hin so richtig aber es sieht toll aus eine schöne terrasse hier mit zwei großen blumenkübeln und hat diesen vorbau diesen runden typisch englischen erker würde ich sagen richtig nice und auch toll gemacht hier mit diesen dots sage ich mal und dieser kleinen laterne hier für die terrasse die wir uns jetzt anschauen nämlich die andere terrasse hier die begrünte da müssen wir immer aufpassen bei diesem gebäude wir haben viele pflanzenteile die immer mal wieder abfallen und auch hier muss ich aufpassen dass mir keines dieser limpelemente runterfällt schaut mal hier wer hätte sie nicht so gerne so eine kleine dachterrasse schöne blumen ein schöner blumenhain hier mit blumen würde ich sagen wobei die nicht auf so bisschen wachsen egal mir gefällt es und dann haben wir da noch ein bisschen ja vielleicht eine töpfer ecke würde ich sagen damit getöpfert weil da haben wir wasser da haben wir die schere und hier dieses da können wir also die szene von ghost nach wie von sam nachspielen richtig cool also das gebäude ist ein künstlergebäude kann man nichts gegen sagen denn wenn wir jetzt mal weitergehen hier unten so ich muss aufpassen dass es nicht kaputt geht so das muss ich mit kabelage wieder aufpassen so freunde schaute rein ich habe gesagt künstler denn hier haben wir eine bibliothek also viel zum nachlesen von rilke bis kafka bis hin zu jules verne alles hier zu finden toll gebaute bücherregale auch wenn teilweise nur hier nur auf einer noppenreihe aber schaut mal richtig cool da haben wir auch hier den pc wo die bibliothekarin die ganzen bücher nachträgt und pflegt und ob ihr auch wirklich keine frist überzogen habt richtig cool dann haben wir hier eine toilette bisserl dunkel und hier ein bett eine gitarre da ist wahrscheinlich eine kleine studentenbude finde ich gar nicht mehr so verkehrt vielleicht die studentische hilfkraft die hier wohnt und nebenbei die bibliothek betreibt und dann natürlich wie sich gehört für so ein café draußen haben wir hier eine terrasse wieder mit sitzfläche und ganz cool finde ich dass dieses fläche ich hoffe ich könnte sehen hier mit hinges also ein teil der hinges gelöst ist und richtig geil auch hier die kaffeetasse und die kaffeekanne und hier schön diese typischen weißen zaunelemente und da wächst ein bisschen was vielleicht was für den eigenbedarf ihr wisst was ich meine und dann hier auch wieder so ein rosenbusch würde ich sagen so dann legen wir das hier an die seite es ist alles ja auf spack das kabel ist immer das was das limitiert so so zack und jetzt versuche ich euch das hier hoch zu heben es wird wahrscheinlich etwas schwer denn wie gesagt das kabel macht es etwas enger freunde schaut euch dieses gebäude an hammer die inneneinrichtung wie das leuchtet hier richtig grün sieht aus wie der flex store von der farbe hervon after aid aber richtig cool schaut euch die bedruckten also von uns bedruckten weil sticker elemente hier an für die auswahl café latte croissants und so weiter wir haben auch ein haut beziehungsweise weißes mehr hautfarben des croissants liegen wir haben schöne stühle alles in diesem grün und auch richtig geil gebaute lampen hier und vor allen schaut mal hier von außen eingebautes coffee eingebauter coffee schriftzug diese seite hier gefällt mir auch am besten am besten fast so lassen nein spaß aber schaut mal das gebaute coffee und dieser sich diese sich nach draußen ein offenes fenster es sieht hammer aus richtig schönes kaffee feeling plus diese gebauten büschchen diese bisserl außen wie von lego creator 3 1 1 und dieser baum der ist ein wackelig gefällt uns auch gleich noch um das werde ich euch das verspreche ich euch da fallen wieder pflanzenteile dann haben wir hier draußen so eine kleine ja ich weiß was ist ein fahrrad ständer oder eine kaffee kaffee treten noch ein kleiner weiß ich nicht hier haben wir auf jeden fall noch mal wo man so ein bisschen gedöhnt kaufen kann vielleicht sein kaffee welcher to go den recycelbaren und 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 dann haben wir hier den zwischengang wo wir halt reinkommen ins treppenhaus hier ist nämlich dieses gebaute treppenhaus da geht's hoch und da ist die klimaanlage versteckt also sehr sehr viele details und dann von hinten noch mal hier der gebaute fußweg also ein richtig tolles gebäude wir müssen nur aufpassen wie gesagt das immer ein bisschen schade euch zu zeigen ist es sehr schwer hier mit den ganzen kabeln aber wenn so ein gebäude ein licht kit hat dann möchte ich euch auch zeigen das passt auf jetzt fällt bestimmt der baum auseinander ja das ist leider so muss auch schauen dass ich es richtig zusammenbaue so dass da wieder drauf so ordnung muss sein dann kommt hier die kleine terrasse wieder so über die steine qualität brauchen wir gar nicht reden freunde das sind die gewohnten guten und allzeit geliebten und geschätzten go bricks so muss ich schauen doch so ist richtig ist dann hier wieder ein bisschen schwierig mit den grün zeug so und dann bauen wir hier noch mal dieser wunderschöne kronleuchter den bauen wir hier wieder drauf so sagt und ich habe es euch gesagt es fallen immer grüne sachen ab das ist jeder baum der ist sehr wabbelig sehr auf ein paar noppen nur gebaut und ich muss hier an der seite wieder das grünzeug dran machen denn davon lebt dieses gebäude also ich bin wirklich verliebt in das gebäude auch wenn es wie gesagt schwer in eine stadt zu integrieren ist wenn dann baut flache gebäude bauten den park dazu dann passt das schon und ist ein absoluter hingucker was ich euch noch sagen will das karton design dann ist ja diesmal bisschen zu kurz gekommen das ist ein autorisiertes mock hier steht es und was da steht möchte ich euch gerne übersetzen beziehungsweise habe ich übersetzt mit der hilfe eines großen konzerns aus amerika der sich alphabet nennt und jetzt will ich nur kurz einmal mein bildchen hier raus holen und da ist es und vielleicht könnt ihr das lesen ihr könnt ihr nicht ich lese euch vor das was da in mandarin steht und zwar nachdem er die höhen und tiefen der welt erlebt hat kehrt er als teenager zurück und seine liebe zum leben ist unverändert geblieben es gibt bücher kaffee grüne pflanzen und musik und hier steht der designer autorisierter designer rudern aus bambus seite kein scherz da steht es rudern aus bambus seite ja freute denn das nicht mal ein cooler designer name ist und damit gebe ich habe zum eigentlichen fazit am ende freunde ich freue mich euch noch mal in die augen zu schauen ich möchte noch erwähnen dass die bauanleitung es farblich nicht ganz genau nimmt man muss ab und zu richtig hinschauen um zu wissen welche farbe gemeint ist hinschauen ist aber das stichwort schaut bitte in die video beschreibung da findet ihr meine bezugsquelle und auch meine faktenquellen ja freunde da ist das review leider zu ende und bevor es hier kalten kaffee gibt möchte ich euch noch ein zwei sachen sagen das café ist ein tolles gebäude nur leider nicht ganz straßentauglich auch wenn motiken hier mogelt ich habe euch mal hier die 16.000 15 antikitäten laden gegenübergestellt weil das motik hier auf der rückseite auch macht und die 16.000 31 den barbershop noch dazwischen gequetscht hat man genau hinguckt sieht man aber dass das gebäude das café angewinkelt ist und wir eine kleine graue lücke haben und somit das gebäude gar nicht so richtig in eine stadt passt ersetzen motik war sich dessen bewusst vielleicht muss man diese modulas auch einfach für das sehen was sie sind einzelstehende modelle hier dass sie top aus man kann es super ins regal stellen nur nicht vielleicht in so ein ikea ding denn dafür ist es einfach viel zu groß und wenn ihr sagt ich will es in der city packen dann passt ihr es doch sowieso an damit es an eure straßen passt und so weiter dann baut ihr euch einfach ein park und dann ist dieses gebäude genau das was es sein soll ein schönes heraus stechendes stück klemmbaustein kunst sage ich mal es gibt ja hier auch viel kunst drin deswegen mir gefällt es mir gefallen die farben das einzige was mir hier nicht gefällt ist ein bisschen die kabelführung ich habe es euch gesagt hier das gefällt mir nicht macht muten übrigens bei diesem set hier genauso also ich weiß nicht die kabel immer hinten so raus baumeln lassen das nicht so meins haben sie bei anderen sets schon besser gelöst und ich zeige euch auch noch demnächst ein anderes modular wo man es einfach auch selber machen kann und dann ganz gut verschwinden lassen kann ja freunde viel geredet viel gezeigt ich wünsche euch einen schönen tag bleibt gesund auf wieder bauen euer freund der blockster